So. Auf ein neues. Ey, die Gegner in Midgard sind so hart. Ist der Wahnsinn. Schon weil die alle dann nochmal zusätzlich so ein Kackschild haben. Du hast natürlich Explosionspfeile, Alter. Nimm mal die andere Pfeile, danke. Na ja, du. Ja, und was? Danke. Danke. So, jetzt bist du dran. Das ist nicht dein Scheiß. Ernst, ich hau hier mein Special raus und du verpiss dich, Alter. Hättest du das Kack, Alter. Ich muss schon heilen, Alter. Das ist ja Wahnsinn. Ja, komm. Deine Pfeile kannst du stecken lassen. Liegt der noch irgendwo live rum? Hier. Na, komm. Du kannst mir so auf den Sack gehen. Wenn wir irgendwo noch leben rumliegen, na ja. Scheiße. Ich bin so auf den Sack. Ich bin so auf den Sack. So, jetzt bleibst du mal kurz am Start hier. Jedes Mal unterbricht er mein Zeug. Das ist Wahnsinn. Meine Fresse. Das ist eine schwere Geburt, Alter. What the fuck? Junge. So, ne gut. Weiter geht's. Gucken wir mal uns jetzt endlich mal um die Objekte. Ich muss unbedingt aufrüsten. Oder nachrüsten. Wie auch immer. Das ist so brutal. Die Gegner sind jetzt schon mal eine Nummer krasser hier. Was ist das hier? Da ist sie. Die andere Treppe. Treppe? What? Okay, okay, okay. Verschwinde, Bruder! Komm mal her, hier. Jetzt. Teilweise echt nervig. Wir bringen die Ruhnen dort etwas Licht ins Dunkel. Was? Nein! Sie hat es nie erwähnt. Okay, da haben wir schon mal etwas gefunden. Das müsste die legendäre Kiste sein. Ich drastisch jetzt hier wählen. Ja, genau. Eins von eins, eins von eins. Zwei Artefakte, eine Nornentruhe und Odins Rabe. Wo sitzt der Rabe? Ah, jo. Bekommen wir den Rabe von hier? Schören doch. Der saß hier oben, genau. Hier ist der Rabe. Tschak, da ist er. Jetzt kann man nämlich auch hier schon mal die Tür öffnen. Aber wo ist das Artefakt? Zwei Artefakte, ne? Da so drüben ist ein anderes Gebiet. Hier gibt es nichts. Von hier sind wir, glaube ich, gekommen, oder? Hier unten hatten wir den Kampf. Ja, von hier sind wir gekommen, genau. Hier unten war aber nichts. Also müssen ja die Artefakte irgendwo hier unten drin sein. Oh, hier, wo geht's denn hier lang? Aha. Da ist das schon das erste Artefakt. Ein Artefakt aus dem Flussreich. Ich war noch nie dort. Es soll aber schön sein. Wo haben wir so ein Artefakt schon einmal gesehen? Im Flussluft. Artefakt eins von zwei. Brauchen wir nur ein Artefakt und die Nontruhe halt, ne? Komm, bitte lieg hier ums Eck. Lieg ums Eck. Ich höre da gefallen mit dieser Map. Nee, gehört's, ne? Mach mal weg. Ja, ich weiß, wir brauchen noch die eigene Truhe. Aber das Artefakt... Ich mein, die Kiste ist ja jetzt klar. Hab ich vielleicht da doch was übersehen? Nö. Wahnsinn. Okay, dann versuchen wir uns jetzt doch mal an die Truhe. Das macht die Player ja mit ihren Pfeilen. Genau. So, jetzt ist die Frage. Wir brauchen jetzt einen Spot, weil das geht aber doch wahrscheinlich auf Zeit. Wie treffen wir alles auf einmal? Von hier. Ich würde sagen, von hier. Vielleicht noch aus dem Winkel so. Ja. So hätten wir alles im Griff. Das dauert zu lang, oder? Wir könnten das schaffen, aber der ist halt schwierig. 1. Das ist mich verarschen. Und los. Du musstest wahrscheinlich noch da reinfahren machen. Da ist wahrscheinlich mehr Zeit. Hä, was? Das ist ja komplett undankbar. Pfff, fallen das Ding? Bleibt voll lange aus. Na komm, jetzt aber. Schwere Geburt, aber wir haben es. Maximale Rage erhöht. Vier Balken, geil. Wo geht's denn hier lang? Ah, sieh mal an, was da ist. Aha. Du baffst hier eine ziemliche Gedichtssammlung auf. Das überrascht dich. Mein Volk ist berühmt. So, meine Freunde. Und abgeschlossen. Wir haben alles erreicht, oder? Genau. Dann, wenn es euch gefallen hat, unten links seht das. Ansonsten haut rein. Ja, SUBSCRIB. Dann. Vielen Dank.